Ja, hi! Willkommen zurück bei Let's Play Warhammer 40k Darktide mit den anderen Heretiker-hassenden Zerhexlern. Fabi da und Tobi und wir gehen die 6 weiter. Was war ihr jetzt? Mehr Horden. Gibt's anscheinend. Nicht viele. Ein paar Trocken, aktuell. Ich glaube, da stand irgendwo ein Timer mit sehr vielen Stunden, dass neue Bedrohungen kommen. So, wir überneuern müssen. Ja. Gut, ich hab halt sauer, wenn ich ohne nichts zu wollen mit dem Revolver, aber... Ja, dafür slappen die Schutze wahrscheinlich. Mal gucken, also... Die Mission wäre halbwegs schaffbar gewesen, also... Schaffbarer gewesen vorhin, wenn wir halt nicht so viel... Äh, ne? Corruption, ja. Calamity Damage, da... Ich glaube, das war Corruption oder so. Heißt das hier, ich weiß es nicht. In dem Chaos Team. Oh. Uff. Aua. Okay, Explosionen gehen auch durch die Rüstung durch. Oh. Hinten kommt ein Floater. Der Heavier hat eine sehr hohe Durchschlagserierung. No, ja, ich komme da auch nicht durch. Abelläufer? Harbin! Oh, der Modrot ist. Ich muss doch schnell weg. Oh lolch. Grundschottet die meisten. Oh. Man kann die dodgen und dann ist es verwirrend, wo die hingeschleudert werden. Ey, die ganzen Schützen hier. Ja, schießt schon auf alles, was ich sehe. Ich glaube, das bin ich bei Sins of the Energy. Alter, das ist, das ist, ey. Aber ich kann das auch alle mit Headburst, weil hier sind so viele Specials. Der Revolver, der fühlt sich halt echt wie eine Digi oder so. Die ist genauso profilig, wenn ich da mit Headshot verwirr. Aber macht Spaß. Genauso umfällig, wenn du daneben schießt. Dann darf man dich daneben schießen. Ja. Gut, das Duell machst du mich nicht. Deswegen kann ich auch einfach Leuten den Kopf wex probieren lassen. Wenn ich nur kurz hin schaue. Jetzt, jetzt komm, wir machen Feuer! Da hast du irgendwie mal. Wichtig, Alter. Deine Ladung ist noch drin, kannst du dir auch gehen, Tobi Ich treff die halt nicht gut Hinter sie, Tobi Achtung Den krieg ich Einmal Okay, das wird mich jetzt grillen Ganz schnell runter, ganz schnell runter Ja und Bombe Krieg ich, krieg ich, krieg ich Hey, Mann Ich hasse die so extrem So, es ist der Lalalalala Handschuhe, oder? Ich bin auf, halt Ich bin auf, halt Ich hab' auch geblieben, weil ich die ganze Zeit so viele Schützen, in die ich konnte schießen muss Schutt Hinter uns Hund Und Gart Feuer Gartemann, nicht mehr Schutt Ähm Nachkampf Jawohl, er hat nichts mehr gesehen Ja, alles gut bei mir hinten Okay, ich hab' nichts mehr gesehen vor Flammen Ja, ich auch nicht Aber er ist tot Päten Ja, ich hab' nichts gehört Meist Die Mission hier finde ich wie den ganzen Chipsen echt mit am schwierigsten bisher. Ja. Puh. Tapp ich den Link. Muss noch zwei hierher kommen. Guckert abgekapselt. Oh shit. Muss ich es laden. Da ist Heal von Run. Dann kriege ich den Dicken. Dann hat er. Der ist so verschossen. Sniper hab ich rausgesnackt. Ich hab auch viele gefunden. Aber so schlecht sieht es ja gar nicht aus. Das ist ja gar nicht aus. Ich kann jetzt selber rausziehen, weil ich gerade nachgeladen habe. Und? Kommt sie dir, Tobi? Noch zwei Kugeln im Lauf. Tobi, halt dich mal. Rudeln. Ah. Einer kann sich noch fallen, ne? Du brauchst gerade den Spracher der Munition, ey. Ich brauche auch Muni. Ich glaube, Tobi, das ist der Nachteil von deiner Waffe. Ja, klar. Ich glaube, das ist der Nachteil der Mission, weil wir brauchen so viel Muni für die ganzen Schützen. Ja. Oder können wir nicht einfach rein-eaten. Ich krieg auch nur 45 maximal mit, das ist das Problem. Hier. Vorteil ist halt, ich brauche halt gar keine, weil ich auch nur mit dem Ding spielen kann. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Drucker. Abgeholt. Und rund. Fack, wir konnten den Oberen wegschnacken. Nääääh. Da kommt der jetzt auf das Feuer her. Ja. Das muss noch ein Grenade hier sein. Was ist der Typ? Ich hab ihn. Entschuldigung. Achtung da kommt einiges hinter dir Lars, Herr Tobi. Ja. Ich krieg den. Okay, das geht. Das war gut. Ich muss kurz runterkommen. Haben wir ein Double Kehl gemacht worden. Der Vorteil der Waffe war, wenn ich so eine Muni hab, ich kann eine ganze Reihe auf einmal damit treffen, also er zieht sich alle durch mit der Kugel. Ja, das ist nice. Ich hab halt auch eher so eine Quad-Control-Waffe, aber ich kann damit halt die Schützen nicht so gut wegsnipen, ohne viele Muni zu verschwinden. Ja, ich bin halt nur gut gegen Single-Target mit allem. Ich hab' den Tag genommen, aber egal. Ich muss runterkommen, ich kann gerade noch mehr. 4 Charges. Munition. Ja, das ist eine dicke Munitionkiste. Ja, die kann ich nachher erstellen. Braucht ihr die beide? Ich weiß nicht, Tobi, wie schlimm's bei dir ist, aber ich hab' ein Magazin halt noch. Ja, ich stell' die gleich. Kann ich gleich hier stellen. Okay. Ich brauch' natürlich gehen im Low Muni-Bereich, das ist ein Problem. Ich zieh' zwar sehr gezielt, aber trotzdem muss der manchmal was ballen. Ich stell' die hier einfach, hier. Nehmt's. Kommt immer ein Hound oder sowas? Ja, ich seh' ihn. Oh Gott, Sniper. Komm, Arsch, echt. Oh Gott, Sniper. Komm, Arsch, echt. Komm, Arsch! Komm, Arsch! Komm, Arsch! Komm, Arsch! Komm! Boah! Du bist schon cool und du bist. Ach du Scheisse! Lars, kommst du? Ja. Oh nein, noch Schützen-Action. Flammenwand. If you lose the Servo Skull, I shall look to you for a replacement. There are answers in this place, but you will require your Auspexes to find them. What are you waiting for? Take that out! Find the door! Last interview. Yeah. Oh, shoot Sniper. Okay, okay. Okay, nieder support. Ich fahre, meine Reise ist nahe zu seinem Ende! Du musst heilen! Ich hätte dir übrigens einen Medipack, fällt mir gerade noch so auf. Sollten wir vielleicht mal setzen, bevor einer von uns da geht. Oder wir warten müssen wir das hier haben. Hier ist noch eins. Haben wir alle, können wir mal her, genau. Nehme, da kommt alles. Ich muss es nur sehen, wenn wir das killen können. Oh Gott, Feuer! Oh, bin ich da. Aufwand zu viel für mich. Der Flamer steht da an der Ecke. Ja, man sieht ihn halt nicht. Also in dem Magazin. Ich hab den nicht mehr bekommen, weil da waren zehn Typen bei mir dran. Ja, da war ich ganz viel auf einmal. Ja, das war ja echt mies. Boah! Nice. Nichts! Das war ja. Das war ja. Ich werde mich nicht mehr. Das war ja. Geh auf, O'Grid. Das war das. Das war ja. Das war ja. Sie sind in Ordnung, Zeit zu kommen. Einige glauben sich über die Lecks. Nicht jeder Einforscher realises, aber es ist ihre Aufgabe, ihnen zu zeigen. Wer ist Lecks? Und warum ist er so großartig? Ja. Äh. Er lebt ja. Aaaaaaahhhh Moge Ja, den versuche ich die ganze letzte Target, dann beklickt der nicht Ich will euch mal bitte um die Schützen dafür bitte Ich bin nicht gut gegen die Ich siehs schon Komm, sieh Ach du Scheiße Ähm Was? Das war wie meins Ja Ich brauche die Granate rein Fällt Nice Ja Der Ogrin ist großartig Geh weg Ogrin Du Auf Hinsch ones Ich brauche die Hinsch Ich brauche die Hinsch Ich brauche die Unterlegung Wir haben eine Ich hab nicht die Ruhe, dass ich die wegschmeißen kann, leider. Ich hab nicht die Ruhe, dass ich die wegschmeißen kann, leider. Ey, was ist denn hier oben für eine Party, bitte? Schnell, na? Schnell, Tobi, wir müssen mit hoch. Sonst geht's da drauf ohne die Zoll. Hier waren halt nur Schützen und alles. Das ist bisher die beschissenste Mission, die wir jemals gespielt haben. Nennen wir es herausfordernd. Schau mal so, wir hätten ein anderes Gearset für die Mission nehmen müssen. Ja, ich hab aber wie gesagt auch so ein Crowd-Control-Stummgewehr. Ich kann nicht mehr ins Visier gehen, damit ich kann nur Hip feiern. Ja. Wir brauchen dringend eine Matchstation. Tobi, stell mal für dich das Ding hier her. Ding, nice. Rucker. Ich weiß, ich hab die nur rennen. Ja, traulich. Kaiser. Hier ist, äh, hier die Station. Fahrer. Nice. Ja, Tobi, dann heil nochmal, weil ich brauch nix. Wir müssen, wir sind schon wieder viel zu weit gespreadet. Wir müssen doch einfach nur da hoch zu dem Ziel. Ja, wir sollten aber trotzdem nicht alle einen anderen Weg nehmen. Das ist mal ein Hater mit. Spoga hinter uns. Hannes. Krieg den nicht. Fuck. Der war zu schnell. Ja. Ich muss auch erst noch die Waffe wechseln. Data inbound. Continue. Defend. Die LR. Kuss. 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 Irgendwas piepst. Ja. Oh, die sind schon wieder ein Sniper geführt. Oh. Ich sehe schon wieder einen Sniperen. Er ist tot. Der Sniper? Ja, das ist sehr stärkelte Waffe. Du musst ihn nur sehen und treffen. Achtung. Ist nicht hingefallen, aber lebt noch. Was ist, wenn ihm ja genau der Schuss, der du brauchst, die Waffe leer geht? Heijau. Was heißt das? Hat der Flammentyp jetzt über die ganze Web schießen, oder was? Ich bin auch kein so'n Flammenwerfer. Ich stell hier mal ein Munitionspack hin, wenn jemand braucht. Ich brauche... Was solltest du dir nehmen? Ja. Schütze. Schütze. Boah, dringend wieder eine Kolder, ey. Die nur einzurücken, das ist so nervig. Ich hab' den. Aber er hat noch geworfen. Ups, Alter. Neu. Neu. Was ist das Beste für Daryl? Oh. Ich komm da nicht mehr raus, Anders. Hehehe. Buggy. Zweifel. Zweifel. Unten. Ich hab' eine Kugel. Hehehe. Muss sitzen. Oh! Ja. Ja, ich hab' ihn. Okay, du hast ihn. Okay, du hast ihn. Ich hab' ihn grad noch dabei gesehen. Und noch eine Kugel im Lauf. Auf. Wie viele. Wir müssen hier rüber zu den Maschinen. Vor allem grad von beiden Seiten, wir konnten uns gar nicht... Ja. Was mit ihm? Oh Gott! Ja, wer kann hier? Hä? Wo bin ich? Du hängst. Du hängst. Warum? Ich muss den Merkabach machen, das geht ja nicht. Ich hab' ihn. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ja. Irgendwer muss mich kurz decken, damit ich hier machen kann. Aber jetzt sind wir beide drauf. Keinen mehr, der ich decken kann. Ich schiefe schon. Aber nur fünf Kugeln. Ah, er kann weh. Mit dir, mit dir. Wie wird das jetzt? Ich muss mich hinzulassen. Ja. Ich setze hier, Typ. Oh, ich bin rausgefunden. Oh. Wie ist das Pott? Wie ist das Pott? Danke. Jetzt wollen sie uns aber. Ja. Wir müssen da rüber rüber. Das geht gerade nicht so. Ja. Wir müssen da rüber rüber. Ich mach schon. Check nicht. Ja. Ich bin mir sicher. Ja. Ich hab... ich bin nicht gestritten Ja hier muss ich schon wieder das Ding betrutteln Ja ich schieß schon Lock wieder Ja das ist wieder weg Ja irgendwie ist mein Game grad komisch Gott mal altes Viert lieber Wenn wir die Wegs in den Bot haben Vor Video kommen wir hier Boah das wäre der gute gerade Hä? Der Hund hat sich gerade selber getotet Es geht Oh eine mit Hed Oh eine mit Hed Oh Rennt einfach rennt Egal jetzt Tod Oh fuck Leute Lass mich nicht zurück Rennt Kommt her Kann er das noch ein bisschen rauszögern wie ich reconnected bin? Wir rennen jetzt ja noch ein bisschen Ich hatte Glück Ja hier ist der Aufzug Wir sollten auf Lass warten wenn er noch Ich bin am reconnecten und das scheint zu funktionieren ja Ja Die Iris macht da schon was Lade lass Lade lass Nächster Licht Aber wie ist das überhaupt passiert? Wie wurde ich da übers Geländer ge-eatet? Ähm Disconnect Disconnect Ey Neu verbinden kann ich aber drücken komischerweise schon Hä Ist ein bisschen mismatched Aha Ja Unsers rausgehauen alle Nichts Ne Ich bin jetzt im Post Mission Mission Hä Wie das denn? Ich spielst Klonungen Das wär jetzt so ein Meme wenn Lars jetzt Klonungen kriegt und alle anderen Wir sind ja quasi nicht entkommen Deshalb gibt's ja auch keine Provision Naja doch ein bisschen Vor dem Aufzug ey Leute Du Ein Drecks Game wirklich Ja das ist noch Vorrelease Das ist das Ich hoff die fixt uns bis dahin Ja Äh 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 Taschenfehler tut so ein bisschen runterziehen Aber dass wir alle rausgeflogen sind hatten wir ja auch noch nicht Ne Aber konntet ihr schon rein oder habt ihr jetzt wirklich gewartet oder was? Ja Ja wir haben gewartet und deswegen sind wir rausgeflogen Na das ist ärgerlich Also ich kann nicht wieder rein Wahrscheinlich seid ihr rausgeflogen weil ich reingekommen bin Weil in der Sekunde war ich quasi auch dran Ich konnte einmal neu verbinden drücken und dann war's wieder mismatched und dann war's Okay Ja das ist aber wieder eine Folge würde ich sagen Tobi wirst du die Abmob machen? Ja Dankeschön Leute und bis nächste Mal Macht's gut Ciao Ciao Möbel Jäni Möbel Möbel Im Läbi Möbel 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.